Okay, du wirst jetzt wieder hier hochgehen, ja? Du wirst dich ja alleine da hoch trauen. Ich hab' keine Idee. Ja, du musst nur in Deckung gehen, an der Seite. Dann kannst du die umhauen. Direkt. Leider ist noch am Fenster. Wo denn? Hört. Also hier geh ich nicht mehr runter, das weiß ich. Du bist am Geschütz, sagst du, ne? Oder was? Mach du mal dein Ding. Ja, wie mach mein Ding? Ja, jag den dann raus. Ja, ich hoffe, dass der mich nicht wieder umhaut. Okay. Okay. Ich geh stoppen! Oh, der kommt ja jetzt sowieso hier vor. So, dann bist du ja gleich in die Ecke kommen. Oh, der kommt, glaub ich. Zu mir? Wir müssen jetzt, jetzt kommt er hier um die Ecke, wir haben's geschützt. Er kommt jetzt um die Ecke rum. Du bist ja bis vor auf der Straße locken, ne? Ich seh den ja nicht. Der ist auf der Straße, komm her! Ich komm nicht bis da runter, du bist ja weiter nach rechts, weiter zum Haus überlocken. Das kann ich ja gar nichts machen. Der ist direkt oben hier. Ich kann nicht weiter runter zielen. Ja, ähm. Ja, nur wenn ich bummisch mach, der haut mich ja wieder um, der Sack. Aber... Siehste? Ein Schuss! BAM! Die fliegt mir schon wieder rum, ne? Aber ich, ich auch gleich. Mann, lauf zu! Mit mir! Halt einen Moment still! Ah, der Typ, der hat's echt in sich. Ja, ist aber gekrillt. Ja, ich geh doch vor, ne? Ich geh doch mal ins Schutzfeld, Junge! Der ist doch keine Sau! Nein, natürlich nicht! Ich ziege rein! Ey, die sind hier hinten? Ich hab doch grad den hier abgeschossen, Junge! Ja, hier ist der Deckel. So! Huch! Der schaust noch einer drin. Wo? Ach! Ich kann kaum rennen mit dem scheiß schweren Teil hier in der Hand. Also, jetzt muss ich die Waffe ablegen. Klasse! Oder? Ja, bingo. Hä? 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 Warte, du hast was gesehen. Ich mach's! Wiederhol das, Alice! Wir haben nicht verstanden! Da bin man aber warm! Alice? Scheiß Technik! Ich glaub' sie will, dass wir reingehen! Ist doch egal! Wir sind definitiv angeschissen, wenn wir hier bleiben! Also los! Die Waffe haben! Da! Schwul? Nett! So, meiner hat nett gesagt! Schwul oder cool! Sein wir cool oder schwul! Deiner, das kann man! Warte, warte, mach langsam! Hier sind bestimmt Leute um der Ecke! Ähm, ja, ganz viele! Sag' ich doch! Ich seh' gut ein! Das sieht sogar aus wie ein Commander oder sowas, oder? Soll man den schnappen? Versuchen? Dann schnappen die! Was passiert? Ich bin ja hier so... Leicht bewaffnet! Der läuft grad' nach vorne! Mach hin, mach hin, mach hin! Ja, schnell, schnell! Komm, komm, komm! Die ergeben sich! Schnell! Ich lauf' doch schon! Dann tu das Ding mal kurz wegwerfen und nimm's nachher wieder! La! Ich war'n! Ich hab' gesagt bei L schonmal! Ich drück' L2! Das ist ja der Machtbot! Ah, wieder typisch! Da ist die scheiß Waffe auch nicht los, ne? Ich kann die nicht loslassen! Klar kann sich die loslassen, indem du die Waffe wechselst! Da hab' ich doch jetzt nicht gedacht! Ich hab' grad Stress! Außerdem bin ich gerannt! Ich hab' grad Stress! Ich hab' grad Stress! Warte mal, hier ist doch irgendwas! Kannst du mal vorsichtig machen? Ja! Was ist hier? Irgendwas wird's hier schon sein! Wann ist das doch nicht hier so ein... Ach! Ach! Geiseln! Geiseln! Können wir den anstellen? Mach das Maul auf oder wir schießen! Ach! Jetzt haben sie ihn doch scheiße! Das hat sich jetzt wohl erledigt! Hm! 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 Geiseln wir da runter? Ohne... Ohne dass die uns sehen... ...kommen wir da ganz schlecht runter, ne? Das wird nix! Aber irgendwo war doch doch eh noch mit nem Dings! Irgendwo bei da hinten war da noch ne Geisel! Irgendwo... ...die Treppen hoch oder so da hinten, ne? Kann das sein? Aber da waren ja zwei, ne? Kann man da ja gerade abbiegen? Da ist irgendwo noch so ein Riese! Was? Riese? Ich hab noch Riesen gesehen! Ich hab noch Riesen gesehen! Ich hab jetzt echt keinen gesehen! Hier ok! Ah! Hier! Hier steht noch einer! Rechte Seite steht noch einer rum! Ne, ich fahr doch! Machen wir das ist nicht los! Da steht doch mal eins noch! Hör doch mal, wir können ja mal ganz kurz... Können wir jetzt gerade... Was? Machst du! Ging! Können wir jetzt in der Situation... Ähm... Wie was denn? Waffen bauen? Ne, ne? Ja! Hier! Bumm! Ok! Kannst du immer machen! Ich würde jetzt gerne mal mit dem Scharfschützengewehr! Ja! Ich würde jetzt, was ich vorhin gekauft habe! Ach! Den muss ich ja nochmal kaufen! Stimmt ja! Den ist ja weg! Weil wir ja gestorben sind! Was denn das war jetzt gewesen? Die M110 oder was? Ähm... AUSS habe ich mir jetzt gekauft! Der ist verdient! Ja! Fahren wir SS! Ich hatte wohl überhaupt keine Präzision! Wenn du ein ordentliches Visier drauf klatscht schon! Kannst du ein anderes Visier drauf machen! Zum Beispiel hier das... Siebenfache! Das kann ich aber nicht empfehlen! Das ist mir nicht zu extrem! Bin ich jedenfalls! Ich tu meine SVT! Was ist denn das? Was ist denn das von dir? Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Ha? Person Stil erstmal schneller scrollen würde wäre das ja auch nicht verkehrt ne Ach, Agro ist wohl Aggressivität der Gegner. Jetzt verstehe ich das. Ähm. Nein. Weil ich hab ja noch nie Agro gehabt in dem Spiel. Ja, du hast doch oben deine Agro-Anzeige. Ja, und? Und wenn die voll ist, dann siehst du, also wenn die auf der rechten Seite ist, dann schießen die mehr auf mich. Das heißt, du kannst die umgehen. Ach so, also doch. Also doch, Dings, was ich gerade gesagt habe. Es ist praktisch ja, irgendwo, ja, hast du recht. Konzentrieren dann ihr Feuer nur auf ein Ziel und der andere kann die dann auch... wenn ich weniger Agro habe, ziele ich weniger der Gegner auf mich. Also heißt das, wenn ich umso weniger Agro habe, umso besseren Schalldämpfer habe ich. Auf Deutsch gesagt. Schalldämpfer? Ach so, ja. Nee, falsch. Umso mehr Agro. Hä? Quatsch, was ist denn jetzt los? No. Umso mehr Agro meine Streit... Umso mehr Agro aufgefüllt ist, umso mehr ziehe ich doch die Feinde auf mich. Das hat aber damit nichts zu tun. Agro ist... Ähm... Wie heißt's? Ich komme nicht auf den scheiß Namen. Jetzt wisst ihr, wie es heißt, würde ich sagen. Um, um, um die Gegner auf dich zu, zu lenken. Umso mehr Agro ich habe, umso, umso mehr gucken die Gegner auf mich. Also das heißt, umso weniger ich hier in der Anzeige Agro habe, umso weniger gucken mich die Gegner an. Ja, aber... Denk doch mal rein logisch. Bedienbarkeit, Präzision, Schaden. Und das Minus ist, hast du die A-Karte. Das heißt schon Aggressivität, das bedeutet es aber irgendwie nicht. Das heißt... Wie heißt denn der Scheiß? Außerdem wurde erst am Anfang erklärt, was Agro ist. Ja. Nicht zugehört. Doch. Habe ich dir doch gerade gesagt, was Agro ist. Weiß nicht wie... Umso besser der Schalldämpfer ist, umso weniger Agro kriege ich. Umso besser der Schalldämpfer ist. Das ist gut möglich. Das habe ich doch die ganze Zeit, was mit dir zu sagen. Aber bei mir ist Schalldämpfer und Agro gleich. So, ich bin fertig. Glaube ich. Ich könnte eigentlich mal... Nee, ich könnte noch mal eine Pistole besuchen. Kommt mir auch eine... Ja. Die hat zwar weniger... Präzision, glaube ich, aber dafür mehr Schaden. Übelst viel mehr. Habe ich mir auch vielleicht einen Schalldämpfer draufgehoben. Und das hier ein bisschen un... Bisschen... Weiß ich nicht so unlogisch. Einen Raketenwerfer hier irgendwie einzubauen, dass du den kaufen kannst. Also ich brauche keinen, ganz ehrlich. Das ist dann so für die Rambo-Spieler gedacht, wahrscheinlich. Raketenwerfer in der Hosentasche. Und los, scrollst du dich auch gerade blöde? Das heißt, mit dem Scrollen, dass es so arschlarm ist. Bei den Farben jedenfalls. Die sind zu teuer.